und das dach halt so klein ist für das ding das ist das problem wir könnten es wahrscheinlich fixen ich bin noch nicht sicher ob das etwas wird also so viele steine haben wir dann auch nicht mehr so so Oh, 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 oh. Okay. Okay, dann lassen wir hinten offen. Das wird immer noch nicht gut sein. Dann mache ich die mal aber ein bisschen anders. Eigentlich müssen wir jetzt nur mit Säulen oder sowas arbeiten, damit das irgendwie... Okay. Bei Minecraft sah es immer gut aus mit den Dingern, aber nur weil ich es auch in anderen Farben und so hatte. Eine lasse ich die rausstehen. So, dann bringe ich mal auf den Tag. Ach. Okay. Peso. Drei Blöcke, ein, zwei, drei. Peso. Oh, irgendwie so. Okay. Ich hätte das in den Weg gekriegt. Mit Tricks. Okay. Ich muss noch was am Dach machen. Wir haben jetzt ja nicht viel geschafft in der letzten Stunde, außer unser Haus ein bisschen. Zu verfeinern. Oh. 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 Okay. Okay. ja die müsste ich jetzt noch ein paar sagen ich glaube so viel kram haben wir aber nicht mehr ja Oh, oh, oh. Okay, da kommen die an. So. Nicht schön, aber auch nicht schön. Okay. 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 Kann man mit leben, würde ich sagen. Na gut, vielleicht sollten wir, wenn wir noch ein bisschen steinleifig holen oder so. Hier noch einen nach oben bauen. Oh, das ist auch falsch. So. Stein, wo können wir von hier? Und so viel brauchen wir jetzt ja nicht. Ah, eigentlich schon. Eigentlich brauchen wir richtig viel. Immer. Und so. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Habe ich das so gemacht? Ja, hatte ich. Okay. 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 So. So oder so ähnlich. Und nur dafür, dass wir hier mit den Tieren landen können. Mit dem einen Tier. Ja. Was sollen wir sonst mit unserem Material machen? Ja, hier oben sollte ich vielleicht auch nochmal was machen. Okay. Okay. Ich dachte mir schon, dass ich einen Sprung nicht schaff. Warte. So. Ja, komm ich mit klar. Natürlich schön, wenn das alles nur ein bisschen farblich ist. Wobei, da können wir natürlich immer noch mit Quarz oder whatever hier noch arbeiten. Ja, vielleicht auch mehr mit Holz im Dach machen sollen. Egal. Eine Idee habe ich noch. Es tut mir leid. Okay. Wir müssen uns da... Ich muss mich da immer lange mit befassen. Naja, das ist mir zu gefährlich hier. Okay, das ist mir leid. so brauche ich denn davon keine ahnung 70 irgendwie sowas da können wir es mit 50 klarkommen das geht auch so Okay. gut oder auch nicht so gut was sieht schon besser aus wir müssen mehr unterschiedlichen farben ok um dann machen wir es auch jetzt ganz komplett und mir leid also habe ich noch eine idee ach shit das funktioniert nicht schade ich dachte ich kann die platzieren also marmor würde gehen wäre auch eine idee so viel machen wir nicht das wesentliche beschränken ich weiß jetzt nicht komplett nicht ganz genau hier alles noch rüber pflastern sondern nur bestimmte punkte noch mal hier habe ich runter genockt oh gott tot ei 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 wo sind wir zu haben oder mann wenn wir denen erst mal so nicht das verschwunden das wird er liegt wenn er weg ist ok jetzt auf den letzten das kann ich tatsächlich von hier so ach so ganz oben muss ich noch mal ganz kurz hin ah ne habe ich schon das ist ja smart gewesen schon auf der seite platziert ok ah ne das ist der 59er wir haben nur noch einen ich habe irgendwie 29 von gelesen was auch keinen sinn macht ja das ist doch in ordnung also marmor gibt dem ganzen noch mal so ein bisschen eigen note dann werde ich hier oben auf jeden fall noch einen futterdruck hinbauen wenn es funktioniert wie hier werden wir in zukunft hoffentlich immer landen wenn wir daran denken und nicht zu faul sind so So, das kommt dann auch mal weg. Das korreliert ja auch nicht mit der Optik hier. Gut, unsere Dreckmauern auch nicht. Das ist immerhin konstant. Hier vorne noch so ein kleines Holzding ohne Konturen. Das ist natürlich auch nicht so toll. Hier haben wir noch eine Dreckmauer. Ich weiß auch nicht, was wir mit der machen wollen. Der nervt. Okay. Ja, haben wir das geschafft. Jetzt müssen wir erstmal wieder... ...ein bisschen herumfliegen hier. Das ist auch was von einem Drachenhort. So ein menschlich erbauter Drachenhort. Haben wir nicht so einen Deko-Tisch? Können wir nicht Sachen platzieren noch? Ja, ha, 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 ha. Toll, die Bank. Ah, ne, das... Können wir irgendwas machen? Ah, ne, sind nur Teppiche, ne? Ja. Endgrabs. Hey, wieso kann ich das nicht lernen? Ich weiß nicht mehr Sterne. Ah, da, das sind... Ah, dafür kriegt man nur Baupläne. Alles klar. Finde ich aber gut. Dann. Hippocampus. Oh, das ist ja günstig. Die nehmen wir. Ich wollte mich eigentlich ein bisschen, bisschen Deko wenigstens dann aufstellen, aber... Ich weiß nicht, was Sterne sind. Warum? Tja. Tja. kann man die nur hier bauen oder ist das holzleder leben ein leder leder was habe ich noch gerade gelernt ist vergessen habe ich noch irgendwas gelernt ein strohteppich richtig der ist auch cool so ok reicht so 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 das war falsch ich habe sowieso quatsch gemacht steine lehm leder kommt natürlich kostet ja auch und rein das wird eh wieder schnell weg sein was habe ich denn noch hier so 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 hmm sick nach stroh das ist das problem gewesen nicht das holz davon wer genug nachdem nachdem gerade einfach Oh, das ist dumm. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Beleuchtung wäre theoretisch sinnvoll, aber keine lustige Zeit Holz nachzufüllen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Zu einfach, zu stark. Keine Carbonemus, okay, egal, bis sie hier ankommt, hat sie sowieso vergessen, was sie wollte. Also wir klauen das Ei auch noch, und das ist der alter Schwede. Hab mich doof angeguckt. 68. Oh. Oh. Also wenn wir, den müssen wir haben. Das wird jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Ja, das, der höchste, wieso hab ich, ach ich kann hier drauf Werkzeuge auswählen. Geil. Das Ding gefällt mir immer besser. Gerade gespawnt, lösch dir weg. Oh, das ist was doof, ne? Oh. 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 woran scheitert es denn gerade das ist gerade das problem warum die sind dessen dass wieso ist es auch gerade neu gespawnt was waren nur pari teil ich dachte wenn ein boden gebackt ja sie auch nicht moment schweig versuchen krass ohne große verluste ich bin level ab das ist ja okay wir nähern uns immer mehr der 40er grenze von der resistenz ich weiß nicht was ich machen soll so ich habe sowieso nichts dabei um ihn schlafen zu lassen naja hole ich mal die narkos wir können jetzt eine kleine hundehütte brauchen wir nicht mehr so viel davon und so viel davon was weg sortieren und noch mehr wenn wir die karbonäubis eier noch und die wir bisher noch gar keine haben das riskiere ich nicht weil ich nicht weiß wie die hier rumlaufen danach ja die die wort werden kann ich ja noch kann ja oben passen ich habe die wieder falsch rum ich habe sie nicht mehr ich habe die 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 Mhm. Ja. Wir werden die wahrscheinlich später nochmal irgendwann viele brauchen, aber das geht ja so schnell, die zu fahren. Das ist doch die ganze Zeit Sturm hier, ne? Ja. Hm. Oh. Uh. Hm. Mhm. Ich kann den Pari in unser Base mal kurz platt machen. Bringt der... ah ich weiss nicht. Das war alles. Das war auch alles. Immer wieder ganz voll. Ist ganz voll. Okay. Ähm. Bedrohendes Fleisch in Mengen. Hab ich doch auch schon irgendwo reingetan. Hier glaube ich. Nice. Nice. Hahaha. Oh, ging Shit. Ging Sarko schaffe ich es nicht und der hat uns entdeckt. Glaub ich jedenfalls nicht, dass ich es schaffe. So, jetzt kämpfen die gegeneinander. Nee, er rennt weg. Wuhu. Klauser Scheiß. Oh, jetzt geht's los. Oh, da kann ich nicht mitmischen. Wuhu. Drehsvieh. Geh doch weg. Drehsvieh. Das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht. Oh Gott, ich kann nicht rennen. Oh shit, 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 shit. Oh shit, das war's. Das war's. Das war's. Oh kacke. Oh, okay. Sehr STARfil. Dreh hier. Ja. Dreh das was auch nicht. Okay. Ich laske hier. Uiuiui. Ruhle ich mal aus, Kollege. Na ja, na ja, wir halten unser Level an Pteranodons konstant. Also, dass der hier nicht gestorben ist, grenzt fast einer in Wunder. Okay, wir machen sowas nicht mehr. Das ist ein bisschen zu viel Aufregung. 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 Okay. Aber im Großen und Ganzen nicht schlecht. Ich baue gleich meine Unnöte.